Meine Damen und Herren, wir melden uns heute vom Parteitag der Partei der grünen Steinbeißer. Hier sehen wir die Versammlung der Mitglieder, ganz viele Mitglieder, die hier rumposaunen. Und es gibt auch Kaffee. Der Kaffee ist braun, was aber nichts mit der politischen Meinung der grünen Steinbeißer zu tun hat, weil die grünen Steinbeißer ja grün sind. Übrigens fällt mir jetzt gar nichts mehr ein, deswegen enden wir jetzt die Sendung.